Traue mir und meinen Finanz-YouTube-Kollegen keinen Millimeter über den Weg. Sie wollen in der Regel nur das Beste von dir und das ist oft nicht zu deinem eigenen Vorteil. Warum wir über dieses Thema dringend reden müssen, erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei InvestBust. Mein Name ist Michael Löffler und heute will ich die ganze Finanz-YouTube-Familie in die Pfanne hauen. Und ich meine damit nicht die AMG-Geldscheinwedler wie diese Herren hier. Ich denke die meisten von euch, die sich auf meinem Kanal verirren, sind schon ein paar Level weiter. Und ihnen ist mehr als klar, dass man bei den Herren nur eins kann. Geld verlieren. Also stellt sich die Frage, wen ich eigentlich in die Pfanne hauen will. Im Endeffekt sind es alle YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. In der Regel denken die meisten, die YouTube konsumieren, dass sich Qualität der Inhalte auf YouTube durchsetzt. Ja und somit auch die dementsprechenden YouTube-Kanäle. Vor einem Jahr dachte ich noch genauso. Heute, nachdem ich selber ein kleiner Influencer bin, ist mir klar, dass die Qualität der Inhalte keine Rolle spielen. Oder zumindest nur eine untergeordnete Rolle. Wer auf YouTube wachsen will und Reichweite aufbauen möchte, muss zwei Dinge tun. Erstens, befriedige den Algorithmus. Hier kommt es vor allem auf Seeoptimierung, also Schlagwortoptimierung an. Dafür gibt es dann die entsprechenden Tools, die fast jeder YouTuber einsetzt. Eines davon nennt sich TubeBuddy. Es lassen sich mit diesem Werkzeug mehrere Sachen optimieren. Damit ihr aber eine Vorstellung davon bekommt, wie es funktioniert, seht ihr hier ein Beispiel. Man überlegt sich ein Schlagwort und gibt dieses in die Maske ein. Und TubeBuddy berechnet die Wahrscheinlichkeit, wie gut das Video in der Suche performen wird. Es wird also die Suchhäufigkeit mit dem Konkurrenzumfeld und ihres Optimierungsgrades der Videos verglichen. Und daraus wird ein Score mit den Erfolgsaussichten errechnet. Ich will diesen Punkt kurz halten und wir gehen weiter zu dem Punkt, um den es eigentlich hier in diesem Video wirklich gehen soll. Wer Erfolg haben will, muss das produzieren, was das Volk hören will. Egal ob es eure Finanzen in Gefahr bringt oder nicht. Der Glaube, dass die Finanz-YouTuber Ideen ausgraben, von denen ihr dann besonders profitieren könnt, ist falsch. In der Regel wird nur darüber gelabert, was Klicks bringt. Hier ein paar Beispiele. Vor 5 bis 6 Wochen musste man ein Video über Xiaomi machen. Darauf folgte das Thema China-Aktien, die keiner kennt. Gefolgt von den sogenannten SPACs. Weiter zu Penny Stocks und gerade ist Wall Street Bets das Thema der Stunde. Wer gehört werden will, muss diese Themen beackern. Und die Videos ploppen in Wellen bei den Kanälen in kurzen Zeitabständen auf. Daran ist eigentlich nichts Verwerfliches. Das Problem ist nur, wenn wir diese 5 Themen mal nehmen, sind mindestens 2 hochgradig risikoreich. Und klar, am Anfang des Videos wird in 10 Sekunden erklärt, dass es sich um ein risikoreiches Investment dreht. Darauf folgen 20 Minuten hemmsärmliches Gelaber. Wie geil man doch Kasse machen kann mit SPACs oder Penny Stocks. Seid euch sicher, dass 80% der Videos, die sich um SPACs drehen, gehen nicht mehr als 30 Minuten Google Recherche zum Thema voraus. SPACs gelten eigentlich als Zugang für Finanzmarkt unreife Unternehmen, die durch die Hintertür an die Börse wollen. Und klar, jetzt will jede Firma an die Börse. So schnell es geht. Wenn nicht jetzt, wann dann? Thema Penny Stocks. So verrückt wie es auch klingen mag, für diejenigen, die verstanden haben, dass der Preis einer Aktie überhaupt keine Rolle spielt, ist es doch erstaunlich, wie viele auf das Storytelling von Penny Stocks hereinfallen. Ein Videotitel könnte zum Beispiel lauten, diese drei Penny Stocks kaufe ich im Februar 2021. Das wäre momentan ein sehr guter Videotitel und könnte perfekt SEO optimiert werden. Im Video wird dann am Anfang erklärt, was sind Penny Stocks. Dabei hilft der erste Treffer auf Google, den man dann auch gleich als Textpassage in sein Video einbaut. Das ist kein Witz. Ich habe diese Textpassage bereits zweimal in Videos wahrgenommen. Weiter im Video wird dann erklärt, dass dieses kanadische aussichtsreiche Unternehmen, das sich in einer Hypebranche wie Blockchain oder künstlicher Intelligenz bewegt, kurz vor einem Durchbruch steht. Dann wird gerechnet, eine Aktie kostet 50 Cent, somit kannst du für 1000 Euro 2000 Aktien kaufen und wenn der Durchbruch dann da ist und die Aktie steigt auf 10 Euro, hast du aus 1000 Euro 20.000 Euro gemacht. Ich will euch jetzt nicht lange und breit erklären, warum kanadische Penny Stocks immer ein gefährliches Investment sind. Dazu gibt es schon genug gute Videos. Mein Ziel im heutigen Video ist es, euch wach zu rütteln und zu sensibilisieren, was gerade auf YouTube abgeht. Ich selber bin zwar erst seit kurzem auf dieser Plattform unterwegs, aber als Konsument verfolge ich die Finanz-YouTube-Szene schon seit vielen Jahren und mir fällt auf, dass sich die Inhalte einfach zum Schlechten ändern. Der Wunsch, einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu haben, daran ist nichts Verwerfliches. Allerdings die Zuschauer nur, weil ein Video gut performen wird, in die Pleite zu treiben, ist nicht gerechtfertigt. Das ist ein wenig so, als würden Apotheken morgen das nächste Crystal Meth verkaufen und es damit rechtfertigen, dass es noch nicht verboten ist. Wir haben im Jahr 2020 weltweit, aber auch gerade in Deutschland, viele neue Aktionäre dazu bekommen. Man kann nur sagen, Gott sei Dank kommen die Deutschen auf den Geschmack, sich selber um ihre Finanzen zu kümmern. Und bis zum Ende des Jahres 2020 war ich auch fest in dem Glauben, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, kluge deutsche Nachwuchs-Investoren zu bekommen. Das war im Endeffekt auch der Grund, warum ich auf die Plattform kam. Ich schwörte, ich kann mein Wissen an andere weitergeben. So nach dem Motto, was kommt in der Finanz-Investment-Welt nach dem ETF und der Nestle-Aktie. Deswegen auch der Name, Investboost. Und es entsteht eine Win-Win-Situation, von denen alle nur profitieren können. Aber jetzt beschleicht mich das Gefühl, wir sind auf dem gleichen Weg wie vor 20 Jahren, als eine ganze Generation von deutschen Aktionären verbrannt wurde. Wie auch damals strömen die Menschen an die Börse. Es geht auch nur noch um die maximale Rendite, anstatt langfristig zu investieren, wird nur noch gezockt. Wenn ihr mir nicht glaubt und ihr habt zum Beispiel die Trade Republic App, dort gibt es bei der Suche die Rubrik Beliebte Aktien. Hier findet ihr Apple und Amazon. Die gehören auch dorthin. Aber daneben kommt Tata Lifestyle Plus Wellness oder Clean Power Capital. Das sind Pump & Dump Aktien. Und vor wenigen Tagen waren noch die ganzen Wall Street Bets Titel ebenfalls mit am Start. Bei uns Deutschen scheint es, als gäbe es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen den Olaf Scholz oder wir betrachten die Börse als Casino. Deswegen mein Aufruf an alle. Wir haben eine historische Chance, eine gesunde Aktienkultur auch in Deutschland zu begründen. Heute und genau jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Lasst euch nicht anstecken von der FOMO und kontrolliert eure Gier. Und ihr werdet viel Spaß auch in der Zukunft an der Börse haben. Und an alle Finanzinfluencer. Wir haben die einmalige Gelegenheit, die Investoren in dem Finanzparadies Börse zu begleiten. Und dann sollten wir einfach darauf verzichten, ihnen den Apfel anzubieten, der sie aus dem Paradies kickt. Aber natürlich ist nicht jeder YouTube-Kanal schlecht. In einem meiner nächsten Videos stelle ich euch die YouTube-Kanäle vor, denen ich gerne zuhöre. Und die sich mein Vertrauen wirklich auch verdient haben. Tja, das war's schon. Ich würde sagen und tschüss.